Es wurde leider nichts mit dem Landesmeistertitel für die Sport-Mittelschule Randquell West-Trainerin Elis Eiler knapp verloren. Ja, knapp verloren trifft es genau richtig. Wir haben gewusst, dass es eine enge Partie wird und ja, hat der gewonnen, der aber ein bisschen mehr gekämpft hat, mehr Wille, Kau hat vielleicht. Die Buben haben super gekämpft und sie haben alles gekämpft, aber heute war Mera Rau genau um das Tor, das Knappe waren sie wirklich heute noch besser. Kleinigkeiten haben leider den Ausschlag für die BG Mera Rau gegeben. Sport-Mittelschule Randquell West, der Anschlusstreffer, kam ein bisschen zu spät. Zu spät würde ich jetzt nicht sagen, es war ja genau direkt nach dem 2.0, es war die richtige Antwort drauf. Wir haben auch Druck gemacht, haben ein paar schöne Spielzeuge drin gehabt, aber ja, schlussendlich hat es leider nicht zu sich sein. Sie sind hinter Mera Rausch, hinter sehr konstant gestanden und da haben wir uns sehr schwer zu tun, da einmal durchbrechen. Danke Elis Eiler.